also wir haben uns da hoch schießen lassen jetzt gehen wir doch mal weiter um zu gucken ob da noch irgendwas ist was wir machen können da muss schade hätte ich nicht gebraucht ich habe bestimmt weiter durchlaufen müssen bin ich frisch kleiner bringt es mir jetzt irgendwie was ist das für ein symbol wir gehen hier weiter weil das der weg war den wir uns aufgemacht haben jetzt haben wir uns auch freigeschossen weg mit dir das ist ein neues im gebiet dagegen laufen was haben wir denn gelernt so aber hier waren wir jetzt richtig hier wollte ich hin hier können wir anhalten und hoch springen ich hoffe zumindest wenn wir da richtig sind bei dir kommen wir auf jeden fall einen misselcontainer danke so das hat gut funktioniert aber doch mal teleporter 8 tage geht es ganz zum einfach zurück machen wir doch mal waren wir hier nicht kann man ganz schön gewesen sein was haben wir denn hier denn gehen auch so groß so cool ich glaube gut gut dass wir den sprung nicht geschafft haben das hätte mir das jetzt übersehen gehabt ich kann mich dann noch weiter normal bewegen haben wir auf jeden fall noch ein speichwort erreicht wenn wir da oben sind wieder rum dann kommen wir wieder woanders hin wo ich aber noch gar nicht hin gekommen wir werden wohl einen Wandsprung lernen um keine ahne also hier sind sehr viele von denen ne die Grappler-Beam ah ok, jetzt muss ich da nicht wechseln zauberhaft ach ok, ach das sind die Tür ach nein jetzt muss ich zurückziehen wow coole Sache wei ich nicht wie weit geht das denn das ist schon eine ordentliche Reichweite damit kommen wir jetzt da vorne immer wieder hab ich geduld, lass ich schieße weiter alles klar hier welches Gebiet geht es jetzt? wir holen einfach nur eine Sache ab und gehen zurück nach Ataria alles klar die hat noch der Geist weg ja gut hier wird nichts mehr groß sein ne ah ok äh gut die Frage ist ähm ich glaub hier waren wir doch so ne gut ich hab mich gar nicht reingepottelt ein bisschen aber ja aber hier standen wir eben dran und dachten so hä? was soll ich hier machen? aber ja jetzt haben wir den Gravelling Hook hier 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 wieder ein Gebietswechsel neu komplett neues Gebiet hier 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 ich bin ja echt irgendwie Halo Wipes hier 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 ist ja vielleicht noch irgendwas für falscher Knopf mal ernst ich muss jetzt ja hier nur richtig mich hin und her schwingen und das ist irgendwie Gebiet ne Ich hätte da runter gehen, ne? Bin ich ja gefangen. Na gut, weil das kommt nicht hin. Ich bin ja gefangen. 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 Ich bin ja gefangen.